Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys und das ist die DAX-Analyse. Ne, das ist nicht die DAX-Analyse, das ist die Jahresausfliegsanalyse für den DAX. Aber ich möchte mit euch trotzdem auch noch auf ein paar andere Werte mit drauf gucken, wie zum Beispiel den Euro, US-Dollar und Gold und auch den S&P. Einfach weil wir das in der letzten Jahresausfliegsanalyse auch gemacht haben. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, dass wir immer einfach einen kleinen Vorkast für das Jahr machen und Dinge besprechen. Wie jedes Jahr fällt mir natürlich immer wieder auf, dass es, wie soll man sagen, Missverständnisse gibt hinsichtlich dem, was ich hier überhaupt tue und hinsichtlich dem, was man überhaupt erwarten kann davon. Also wir haben immer so, das typischste Feedback ist eigentlich, geht immer so in Richtung, Naja, ihr seid hier die Glaskugeljäger und das ist doch alles Scharlatanerei, was ihr macht. Man sollte vielleicht einfach verstehen, dass natürlich auch ich da sitze und mir sage, Ey, ich mach da keine Glaskugel, ich hab da keine Glaskugel, ich mach da keine Wahrsagung hier. Ich setze mich doch nicht hin und sage, ey, der Markt macht das. Das ist vielleicht wichtig, einfach auch zu verstehen. Dann braucht man sich gar nicht mit dem Geist, mit dem Kopf damit beschäftigen, dass diejenigen, die hier charttechnische Analyse machen, doch irgendwelche Kaffeesatzleser sind. Wenn man versteht, was die eigentlich beabsichtigen und was sie tun. Denn die Charttechnische Analyse ist ein Instrument, mit dem man letztendlich hingeht und sagt, Okay, wir haben im Markt Bereiche, wie hier zum Beispiel eine 14.850, einen Bereich, in dem Marktteilnehmer bereits in der Vergangenheit stark gekauft haben, zum Beispiel an diesem Tief. Und sagen dann einfach, okay, wenn der Markt das nächste Mal dieses Niveau erreicht und sich nach oben dreht, gehen wir davon aus, dass er in den nächsten Zielbereich reingeht, der sich auch wieder auf Basis eines charttechnischen Ansatzes ermitteln lässt. Das heißt, wir gehen einfach her und schauen uns Punkte im Chart aus, an denen wir eine Reaktion erwarten. Wir machen letztendlich eine Reaktionspotenzialanalyse. Denn wir schauen einfach nur, was kann der Markt an bestimmten Stellen machen, mit der Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, Jahren, was er denn sonst in derartigen Situationen gemacht hat. Das gibt aber keine Garantie, dass er das auch immer so macht. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und auch ich bin mir natürlich sehr wohl bewusst, dass das, was wir machen, A, keine hundertprozentige vorgegebene Route ist. Ich kann auch wie ihr nicht die Lottozahlen von morgen her vorsehen. Das geht nicht und das ist auch nicht meine Absicht, das zu tun. Das muss man für sich erst mal verinnerlichen, um sich überhaupt darauf einzulassen und zu verstehen, was wir denn hier tun. Aber wir können sagen, hey, wir sehen, dass der Chart sich immer wieder wiederholt, dass immer wieder bestimmte Bewegungsabläufe stattfinden, immer wieder Leute panisch werden, wenn der Markt weit fällt, Leute gierig werden, wenn er steigt, Leute ungeduldig werden, wenn er lange zur Seite handelt. Und dass der Markt immer aus solchen Bewegungsphasen gleich reagiert. Und letztendlich gehe ich mit der technischen Analyse hin und bewerte das dann einfach. Suche die Stellen, die markant sind, die ähnlich sind wie in der Vergangenheit und tue dann eben eine Art Potenzial ermitteln, wie weit wir denn davon weggehen können, in welche Richtung und wie sich das auswirken kann. Natürlich ohne Garantie, dass es dann auch tatsächlich zukommt, aber wir haben gewissermaßen einen Wahrscheinlichkeitsvorteil in dem Moment einfach, wie wenn wir jetzt nur mit der Münze werfen würden. Und so funktioniert das auch ganz gut. Das sieht man auch über die Tagesanalysen immer wieder. Und ist hier eben jetzt für die große Ebene wichtig. Der andere wichtige Punkt, was auch immer viel vorgeworfen wird, auch für die Jahresausflücksanalysen ist. Martin, du Vollidiot, du machst doch gar keine Fundamentaldaten mit dazu. Das ist doch absolut unbrauchbar, was du machst. Ihr solltet natürlich euch auch bewusst machen, in dem Moment, wo ihr eine technische Analyse schaut, eine Chart-technische Analyse, dass derjenige, der vor euch sitzt und euch die Chart-technische Analyse auch darstellt, dazu gezwungen ist, Fundamentaldaten auszulassen, außen vor zu lassen, weil ihr als Beobachter natürlich die Möglichkeit habt, euch verschiedene Analysemethoden zur Hilfe zu ziehen. Sei das meine Chart-technische Analyse, sei das eine Fundamentalanalyse von jemand anderem. Aber wenn ich in dem Moment ein technisches Muster hätte oder habe, dann habe ich eine Chart-technische Ableitungsform davon. Das heißt, ich kann anhand eines Musters eine bestimmte Reaktion, ein bestimmtes Ergebnis ableiten. Würde ich das jetzt aber mit Fundamentaldaten kombinieren, würde ich mir meine Analyse zerstören. Ich würde sie mir verfälschen, weil der Chart-technische Grundsatz besagt, dass alle wichtigen Informationen, die zur Verfügung stehen in der Fundamentaldatenanalyse, den Marktteilnehmern ja in diesem Moment bekannt sind. Das heißt, alles, was ich euch jetzt zur fundamentalseitigen Einschätzung geben könnte, das sind Sachen, die ihr schon wisst und die ich schon weiß und demzufolge auch Marktteilnehmer wissen, die schon im Chart positioniert sind. Und wir nutzen diesen Chart, um eben zu erkennen, wie sich bestimmte Personen positionieren. Und damit würden wir es überschneiden oder überlagern in dem Moment, wo wir jetzt hier fundamentale Sachen mit reingeben würden. Also das als Einleitung vielleicht nochmal. Denke ich, spare ich mir mindestens zwei Stunden Arbeit hinten raus aus der Analyse, weil das sind, wie gesagt, immer wieder Punkte, die häufig kritisiert werden und die häufig angegangen sind. Aber ich kann das, ich darf es auch gar nicht anders machen, weil das ist eine Chart-technische Analyse und nur so kann ich sie euch so neutral wie möglich zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt mal schauen, was hatten wir denn zum Beispiel letztes Jahr gesagt? Was war denn die Jahreseinschätzung für das letzte Jahr? Jahreseinschätzung für das letzte Jahr war, dass der Markt aus dem Bereich von, also durch Corona einen guten Schlenker gemacht hat, auf eine Unterstützung sich aufdrehen konnte und mit fetten grünen Kerzen einfach dastand. Deswegen hatten wir gesagt, ist der Januar, der Auftakt vom Jahr immens wichtig, weil das darüber bestimmen sollte, ob wir Richtung 14.950 gehen, ob wir vielleicht sogar höher gehen oder ob wir direkt umkehren. Wir hatten gesagt, favorisiert ist die blaue Route, nämlich noch nach unten. Wir hatten auch gesagt, wenn er einen Triple Top hier stehen lässt, hätte er das Potenzial, sich nach unten zu drehen, aber er braucht dafür eine klare Umkehr. Er braucht dafür rote Kerzen und die sind nicht eingetreten. Und das ist eigentlich auch gleich ein schöner Aufhänger jetzt für den Umgang, wie gehe ich jetzt mit der Jahresanalyse für das laufende Jahr um, denn das ist immer eine Bewegung, eine, wie habe ich vorhin gesagt, eine charttechnische Reaktion oder auch Aktion, ist immer an eine Bedingung geknüpft. Das ist dieses klassische Wenn-Dann. Die einen oder anderen verstehen das immer nicht so richtig und suchen da auch ihren Grund, dass es eine Art Ausrede ist, damit die Chartanalyse am Ende immer aufgeht. Es ist es aber gar nicht. Es ist kein Mittel, um mir hinterher etwas zurechtzulegen, sondern ein Mittel, um bestimmte Bewegungsabschnitte ganz klar abzugrenzen. In dem Moment, wo ich sage, ich glaube, der Markt fällt. Wenn er direkt Anfang Januar nach unten kontert, dann heißt es für mich als Zuhörer, wenn ich im Januar rote Kerzen bekomme und ich kriege eine rote Monatskerze reingestellt, dann kann ich in den folgenden Monaten runterschorten bis 11.417. Wenn in der Analyse aber gesagt ist, wenn diese roten Kerzen nicht kommen, dann läuft er bis 14.950 durch. Heißt das im Umkehrstoß, wenn ich dann im neuen Januar Aufwärtsmomentum sehe und eben keine roten Kerzen, dass ich dann in kleinen Schritten Longpositionen bis 14.950 aufbauen kann. Dort haben wir dann einen Longtrigger gesetzt und haben gesagt, wenn der Markt diesen Bereich sogar überwindet, hätte er grundsätzlich das Potenzial sich noch bis 16.690, 17.270 hochzuarbeiten. Das war die Analyse für das letzte Jahr und jetzt gucken wir mal, was wir bekommen haben. Das ist jetzt der Monatschart. Was wir jetzt hier rechts sehen, ist der Wochenchart und wenn ich auf 2021, hier unten seht ihr 2021, den Cut setzen würde, hätten wir auf dem Niveau etwa die Analyse eingesprochen. So, warte, gucke ich nochmal ganz genau, das muss auch wirklich exakt haben, 21. Dezember, das ist die Jahresausflächsanalyse gewesen. So, zu dem Zeitpunkt. So, und im neuen Jahr hat der Markt was gemacht? Er hat einen kleinen Rücklauf gebracht und hat sich direkt nach oben geschoben, Stück für Stück für Stück für Stück weiter, rein in die 14.950 und eben auch darüber hinaus. So, jetzt müsste man quasi das hier ein bisschen mal kleiner ziehen, dass es im Vergleich ein bisschen besser drauf passt, dass man auch sieht, wo wir uns befinden. Moment, jetzt sind wir wieder ein bisschen verrutscht. So, zack, passt es aufeinander. So, jetzt passt es zu etwa, zu etwa grob aufeinander. So, und die Idee war, dass es sich an der Linie, die ist die obere Kante hier, die hier so steil ansteigt, das ist die lila Linie. Die Idee war, dass er sich dort wieder runterdreht. Das hat er auch nicht getan und die nach oben umgeklackert. So, und durch dieses Umklackern hat er sich ein Kurspotenzial bis 16.690 freigesetzt, was so in dem Maße noch nicht ausgeschöpft ist, weil wir eigentlich das ganze Jahr dann in dieser Einzone festgelemmt geblieben sind. Also, er hat sich hier überhaupt nicht verändert, ist hier einfach weiter stecken geblieben, sodass wir eigentlich noch in diesem Teilabschnitt stehen. Und das können wir im Grunde direkt als Einstieg für die neue Analyse nehmen. Steigt nämlich unser DAX jetzt im Jahr 2022 sich über diese Hochs hinaus, müsste man dann davon ausgehen, dass er zunächst in diese Bewegungszone reingeht. Deswegen würde ich jetzt anfangen, dass wir jetzt wirklich in die Prognose oder in die Jahreseinschätzung für das neue Jahr reingehen und hier erst mal festlegen, dass unser DAX grundsätzlich ja noch in diesem Aufwärtsmomentum steigt und hier nach oben noch Platz freinehmen kann. So, wartet mal, jetzt bin ich wieder am rumstachern. Ich suche etwas Bestimmtes, was ich immer wieder gerne mal suche. So, also, wir könnten schon mal festlegen, geht der DAX hier drüber, steigt über 16.300 rein, müssen wir davon ausgehen, dass er in die Zone einläuft, in diese Verkaufszone. Die hätte durchaus Platz, den DAX wieder komplett bis nach unten zurückzuschlagen. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wieder gut mittig in die Zone rein, wo wir es angefangen haben. 15.500 wäre durchaus ein Bewegungsziel, was wir hier hätten, wenn der DAX sich gut oben eindreht. Aber wir müssen auch auf der anderen Seite sagen, geht unser DAX eben gerade durch, würde das Anschlusspotenzial entfachen bis 19.400. Wartet, ich will nochmal in die andere Analyse reingucken, was es genau war. Aber das können wir nämlich so beibehalten, dass wir sagen, okay, Übertreibungsmodus, Hyperinflation und so weiter, 19.940, das war unser Ziel, das bleibt auch weiter gültig. Chart hat sich ja nicht geändert. So, 19.940. Wie würde ich jetzt persönlich handeln? Ich würde jetzt persönlich handeln, auf Basis dieser, dieser Aussicht, dass ich mir den DAX sehr, sehr, sehr genau auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage angucken würde, weil was ich natürlich brauche, um hier noch Long zu handeln, bis in die 16.690, 17.270 rein, das wäre definitiv erstmal ein Überwinden von dem bisherigen Doppeltop, was wir drinnen stehen haben. Das heißt, hier stand jetzt zum Tag der eingesprochenen Analyse für mich kein Long, ja, ist für mich jetzt hier, stand jetzt keine Long-Gelegenheit, sondern, wenn diese hoch überwunden werden, würde ich gegebenenfalls vorhandene Short-Positionen reduzieren, Long-Positionen aufbauen, bis in den Bereich um 16.690, 17.270, bekommen wir dort rote Wochenkerzen nach unten gestellt, würde ich dann an dieser Stelle in diesem Bereich Short-Positionen suchen und mir immer wieder über den Hochstand absichern und versuchen, wieder runter zu traden in den Bereich um 15.500, 15.800 rein, ja, von oben kommen. Sollte der Markt aber gar keine roten Kerzen bilden, ja, ich habe gerade gesagt, wenn er dort rote Kerzen nach unten bildet, würde ich Shorts aufbauen. Sollte er gar keine roten bilden und grüne durchfeuern, ja, gerade einfach durchsteigen, würde ich mir immer wieder, also insbesondere auch oberhalb von 17.270, Seitwärtsmuster suchen, Ranges, Flaggen, bullige Flaggen, Dreiecke, ne, untergeordnet suchen, im Tagesshot suchen, auf 2-Stunden-Ebene und den DAX oben raus immer wieder long mit begleiten und zwar so lange, bis richtig, richtig, richtig Stress nach unten raufkommt und solange der nicht kommt, kann er ein Übertreibungspotenzial wahrnehmen, weil wir müssen ganz klar sagen, wir haben im DAX seit Corona-Tief zwei prägnante Aufwärtsbewegungen, ne, das ist die eine, die hier bis in die 12.900 reingeht, von dort sahen wir ein seitwärtsgerichtetes überschießendes kleines Korrekturmuster, eine kleine ABC, die hier ein bisschen Überschuss drin gehabt hat und dann hat eine weitere Welle gestartet, die genauso, also Punkt genau, genauso groß war die, wie die vorherige Bewegung, ne, die ist dann hier bei 16.200 finalisiert worden, so, sollte der DAX jetzt noch eine dritte Bewegungswelle erstarten, ne, also quasi noch eine dranhängen, hätten wir ab dem Tief, könnten wir das durchaus dann anlegen, ähm, definitiv Platz bis da oben rein, ne, und das muss man sich einfach ein bisschen vor Augen halten, deswegen würde ich ganz klar da oben so lange Long suchen, bis irgendwann der Markt wirklich tiefere Tiefs, tiefere Hochs, also wirklich richtig markant umdreht, fette Umkehrsignalkerzen bildet und solange das dann nicht passiert, ähm, würde ich ganz klar auf der Longseite aktiv bleiben und oben raus handeln, weil unser DAX definitiv aus so einem Seitwärtsmuster, wenn er nach oben ausbricht, übertreiben wird, er wird klassische Übertreibungspattern liefern, er wird uns im Tageschart aus dem Band oben raussteigen, so diese richtigen klassischen Übertreibungsmethoden, die er drauf hat, so ein bisschen in die Richtung, wie er das hier schon auch teilweise Test-, also Teilabschnittsweise gemacht hat, ne, dass er dann wirklich auch raussteigt und durchzieht und würde dann immer wieder so eine kleine Seitwärtsbewegung wie jetzt hier einfach suchen und mit Öffnung nach oben dann eben die Long suchen, oberhalb, ne, so, das, das ist die obere Einschätzung, unterhalb, muss man sagen, wir haben jetzt hier drin, hoppala, das war verkehrt, wir haben jetzt hier so eine Verkeilung gekennzeichnet, ich möchte, Mensch, sag mal, ich möchte mich davon eigentlich jetzt hier zumindest für die Jahresausblicksanalyse trennen, ist doch nicht wahr, ich möchte nicht an dieser Linie, wartet mal, ich möchte diese blaue verrücken, jetzt wird die blaue nicht verrücken, so, ich möchte hier eigentlich eher horizontal arbeiten und hier wirklich die Kante ziehen und sagen, also unter 14.800 unter 15.000 läuft unsere Gefahr unterhalb aus dem Muster rauszufallen, ja, das heißt, in dem Moment, wo der DAX jetzt hier sich irgendwann aus seinem Seitwärtsmuster löst und unten rausfällt, unter der 15.000 unter der 14.800 würde ich erwarten, dass wir nach unten entsprechend das Reaktionspotenzial wahrnehmen können und das dürfte in dem Bereich um 13.800 bis ich sag mal 13.400 erstmal reinreichen und dort gut reagieren können, sodass wir festhalten können für den Jahresausblick 2022, dass wir im DAX aktuell gar keinen Handlungsbedarf dringend hätten, er befindet sich noch in einem Kulturmuster, einem Seitwärtsmuster, ich könnte letztendlich, wenn ich es ganz dreckig mache, das auch so ziehen, wenn ich jetzt nicht auf meine persönlichen Grundsätze Wert lege, sondern einfach nur um die Kennzeichnung des Musters, könnte man es auch so festhalten, das heißt, wir haben da eine mögliche Top-Formation, müsste sich noch als soll sich bestätigen dann, indem es unten aufgelöst wird und das kann erstmal noch zur Seite gehen, das kann wirklich noch ein paar Wochen dauern, bis der auslöst, aber mir wäre wichtig, wenn oben neue Hochs kommen, kommt er für mich in das Potenzial, was wir noch aus der Vorjahresanalyse haben, rein in die 16.690, 17.270, das ist dann wirklich eine schöne Zone, auch für ein längerfristiges Top, durchaus Würze, das wäre nicht unmöglich, auch, dass sowas möglich ist, also nicht direkt, so wie der Fall jetzt hier gemalt hat, aber das Potenzial hat der Bereich, der Bereich hier hätte durchaus das Potenzial, den DAX in die Zone wieder zurückordentlich reinzutreten, aber eben auch dann unten rauszutreten, wir haben aber hier jetzt den Trigger stehen, der würde das dann ab da übernehmen und das weitere Ziel auf der Unterseite kenntlich machen. Mir wäre dabei dieser Bereich hier wichtig, also alles, was sich hier öffnet, ein bisschen im Hinterkopf müssen wir behalten, dass wir hier noch zwei relativ große offene Gaps haben, das ist einmal das US-Wahl-Gap aus dem November, da sind wir auch Lockdown-bedingt nochmal ein bisschen in den Sicherheitsmodus gegangen, auch US-Wahl wird Trump nochmal gewählt und so weiter und so fort, dann war das nicht so, es hat sich nach oben aufgelöst und es ist ein relativ großes Gap stehen geblieben im Bereich um 12.500 und wir haben hier unten noch ein ziemlich großes Gap, auch ein ziemlich großes Gap, wo ich aber sage, da müsste 2022 wirklich einiges schon schief gehen, dass das noch erreicht werden kann, ich glaube, wenn wir 2022 den DAX unter 15.000 nochmal bekommen, denke ich, der kann sich relativ leicht die 13.800 bis 13.400 holen, ich glaube aber nicht, dass er unten alle beiden Gaps schon zubekommt, das wird er nicht machen, er wird deutlich, wenn er wirklich fällt, wird er deutlich langsamer fallen und mit deutlich weniger Volatilität, als er das 2020 getan hat, weil nur so kommt er langfristig runter, wenn er wieder so fallen würde, wie im März 2020, sind alle vorbereitet, die pyramidisieren alle nach dem ersten Tag schon Short auf, das klappt nicht, da geht er direkt wieder nach oben, das wird überhaupt nicht funktionieren, also von daher würde ich denken, also wenn unser DAX wirklich was vorbereiten will, was größeres, eine größere Korrektur einleiten, dann muss er mindestens erst mal unter 14.800 runter, vorher brauchen wir da gar nicht reden und dann merkt ihr eben auch schon so ein bisschen wie ist so eine Analyse aufgebaut, es ist eben keine Hellseherei, ich bin kein Hellseher, was ist, ich kann nur sagen, unter 14.800 haben wir chartseitig einfach Risiko, warum ist das so, das ist einfach so, weil hier in diesen ganzen Kerzen, die hier sind, ganz 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 viele Marktteilnehmer, Positionen gekauft haben, Aktien gekauft haben, ETFs gekauft haben, die dann alle im Minus stehen, in dem Moment, wo der Bereich nach unten fällt, so und das sorgt einfach dafür, dass viele dann auch wieder verkaufen, viele ihre Prozent abstoßen, das bringt Druck in den Markt und das dürfte bis in dem Bereich der Käufer hier reinführen und die dann erst mal wieder stabilisieren dürften. Wichtig ist es bloß, sollte richtig Stress reinkommen, dass man das Gap ein bisschen im Auge behält, weil das sind auf großer Ebene, das sind wirklich die ganz 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 großen Ziele, die unten raus aktiviert werden können, sehe ich aber 2022 ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, wenn wir die 13.300, also das eine Gap hier, das könnte ich mir noch vorstellen, die 12.500, das untere Gap würde ich jetzt nicht kommen sehen, ich kann mir aber gut vorstellen, wenn wir hier unten arbeiten, dass wir das dann 2023 zukriegen, also noch ein Jahr später, wenn wir jetzt 2022 bis zum Rückwärtsgang eingehen. Aber theoretisch können wir den DAX jetzt hier schließen und zum Aber kommen, denn oberseitig Übertreibungspotenziale, die sind durchaus da, wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, wenn der DAX da oben drüber geht, kann er richtig, richtig, richtig oben rausrammeln. Hin und wieder ist es auch hilfreich, auf andere Indizes mitzugucken, auf den S&P, deswegen würde ich gleich darüber schwenken. Ich denke, wir haben hier im DAX alles gesagt, was wichtig ist. Wie gesagt, Stand jetzt, hier hätten wir tatsächlich nicht mal überhaupt, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt in eine Position eingehen, Anfang Januar, in irgendeine Richtung, das ist gar nicht so, weil er klemmt hier eigentlich in einer Entscheidungszone fest, bei der man erst mal abwarten müsste, ob sie oben oder unten auflöst, einfach halt. Die letzte Woche, die erste Woche im neuen Jahr, die war jetzt gar nicht so gut. Die hat nämlich jetzt hier oben einen Doppeltop gebildet und das muss ich jetzt über den Januar zeigen. Was macht er jetzt aus dieser ersten Woche? Normal sagt man, die ersten fünf Handelstage. Hoppala, es fällt hier den ganzen Kinderkram um, wir haben Nachwuchs gekriegt, hier stehen lauter Kartons mit Nuck und Heizung und alles mögliche. Jetzt ist hier gerade umgeklappt, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt nicht am Ende gerumpelt habe. Ja, also man sagt eigentlich die ersten fünf Handelstage bestimmt so ein bisschen das ganze Jahr. Das ist so, das habe ich auch so selber oft beobachtet und die ersten fünf Handelstage waren im DAX aber unentschlossen. Sie waren gar nicht komplett schlecht. Wir sind etwa auf Eröffnungsniveau wieder gestartet. Das sah im Nashtag zum Beispiel anders aus. Den hat es komplett runtergemäht, die ersten fünf Tage. Aber mir ist wichtig, dass ihr euch über die nächsten Wochen, Monate, das wirklich ein bisschen vor Augen behaltet. Hier die Eckpunkte, gerade insbesondere diese 15,50, 14,8, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Bereich für 2022, weil der so ein bisschen trennt zwischen Negativ-Szenario und Positiv und dass wir auch so ein bisschen diese Zone da oben im Blick haben und das Übertreibungspotenzial, was darüber sich freisetzen kann. Dass der Markt da wirklich Woche für Woche für Woche für Woche eine grüne Kerze noch durchballern kann und dann da richtig, richtig oben raus eskaliert. Also das, das sollte man im Blick behalten. Also ich würde jetzt hier mal auf den S&P noch schwenken, dass wir da noch mal drauf gucken können und schwupp, haben wir hier dann auch direkt die relativ schlicht gehaltene Analyse aus dem letzten Jahr darin. Im letzten Jahr haben wir gestanden hier und haben uns auch über den S&P unterhalten und eigentlich eher mehr über mögliche Übertreibungsformen gesprochen. Bis wohin kann er noch steigen? Was muss man beachten? Wie muss man sich verhalten? Und wir sehen hier ganz klar etwas sehr, sehr, sehr Markantes und zwar, dass jedes einzelne Tief immer höher war als das, ja, als das letzte. Jedes neue Tief war höher als das letzte und jedes neue Hoch war höher als das vorherige. Das heißt, von der Folge der Hoch und Tiefs, das ist in der charttechnischen Analyse ein recht wichtiger Ansatz, auch wer die Dow-Theorie zum Beispiel kennt, also nicht vom Dow Jones, sondern vom Charles Dow, die basiert auf ähnlichen Ansätzen, um einen Trend zu ermitteln, wertet man steigende Hochs und steigende Tiefs und die steigenden Hochs und steigenden Tiefskennzeichen hier noch einen vollkommen intakten Aufwärtstrend, der noch voll in der Soße drin ist und deswegen würde ich auch im S&P sagen, wenn der jetzt wieder auf grün auftritt, solange der jetzt nicht unter 4540 zurückfällt, hätte der jetzt erstmal Potenzial oben weiter zu steigen. Das heißt, ich würde jetzt hier mal einen Cut machen und würde sagen, wenn er hier geht, dann testet er das letzte Tief nochmal. so in die Richtung. Geht er dann tiefer, dann öffnet er sich richtig Rücklaufpotenzial, weil dann wird es ein bisschen böse. Geht er nämlich da runter, macht er sich Bewegungsspielraum frei bis in die 3900 und dann aber eben auch deutlich tiefer Richtung so 3600, das kann man schon sagen. Aber solange das nicht ist und er hier weder das eine noch das andere nach unten umklappt und übrigens auch, wenn der das Tief hier verteidigt und hier einen Doppelboden stellt, kann er auch von hier komplett nach oben hochhalten. Das muss man ein bisschen im Blick behalten. Steigt er also weiter, macht er hier eine weitere Hochsreihe, sollte man jetzt davon ausgehen, dass der sich noch sein letztes Ziel schnappt hier im Bereich um 5340 und von dort dann ein bisschen zur Seite pummelst. Also nicht zur Seite pummelst, von dort umkippt wie so eine tote Ente. So, wartet mal. Können wir das eigentlich so machen und hier mitnehmen. Also, die Erwartungshaltung ist hier tatsächlich, solange hier noch grüne Kerzen drin sind und bleiben, dann kann der S&P erstmal deutlich, durchaus weiter steigen. Das machen, was er die ganze Zeit macht, denn ein Trend hat im Zweifel immer erstens mal Vorrang und bleibt so lange er trennt, wie er trennt ist. Ein Trend gilt immer so lange, bis er gebrochen ist und gebrochen wird ein Aufwärtstrend erst mit richtig tieferen Tief und dafür wäre das hier wichtig. Das tiefere Tief müsste brechen, dann bekommen wir im S&P ganz klare Verkaufssignale, das heißt, jeder, der irgendwie Long-ETFs drin hat, der große S&P-Position in Aktien auch hat, der sollte dann gegebenenfalls über Absicherung nach unten nachdenken, weil die dann durchaus in den Bereich auf diese Vor-Corona-Rust nochmal zurückgehen könnten. Definitiv. Also da würde ich mir Kursalarme einfach reinlegen, auch unter die Tiefs würde ich mir Kursalarme reinlegen, aber solange der jetzt hier bleibt, also eine rote Kerze, Wochenkerze, bringt da noch keinen Umbruch, da müssen wirklich die Tiefs wegfliegen, dass dort entsprechend auch ein bisschen was passiert. So, dann haben wir den S&P, haben wir den S&P, wir haben den DAX besprochen, dann schauen wir uns mal noch Euro-S-Dollar an, Euro-S-Dollar finde ich auch recht interessant für das neue Jahr, weil ich denke, also ich glaube, dass Corona nicht mehr so viel Bedeutung bekommen wird am Markt, ich denke, dass Zinserhöhung und Inflationsraten mehr Bedeutung kriegen werden, 2022, als es bisher der Fall war und insbesondere auch, als es Corona jetzt in 2021 war. Ja, also ich gehe davon aus, dass die EZB gegebenenfalls den ersten Zinsschritt macht, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass einige Länder, die es schon doll erhöht haben, vielleicht sogar noch mal zurückrudern werden. Und Zinsveränderungen sind immer gut für Währungsfahrer und deswegen denke ich, haben wir 2022 hier wirklich ein attraktives Jahr auf der Forex-Seite, also im Währungspaar-Bereich. Euro-S-Zahler sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück uns entsinnen. Nicht wundern, der Chart sieht doll anders aus. Das ist der aus der letzten Jahres Ausblicks-Analyse gewesen. Hier noch damals mit einem anderen Training-Charting-Tool, da hatte ich noch nicht Training-View hier, da hatte ich noch was anderes benutzt und deswegen ist da noch einiges mehr im Chart mit drin. Meine Grundtheorie damals war, dass der Euro-S-Dollar, also das habe ich schon, keine Ahnung, seit wann wir das schon vertreten haben, diese ganze korrektive Bewegung, seht ihr das hier, das habe ich immer wieder gesagt, also sowas löst in der Regel dynamisch nach oben auf und dann kann sich der Euro-S-Dollar an der vorigen Aufwärts orientieren, sprich sogar potenziell bis 1,30 freimachen. Wir haben letztes Jahr dann gesagt, dass er an sich eigentlich auch gut dasteht, aber eben im Rücklauf in den Bereich um 1,14 erstmal ganz gut stehen würde und dafür hat es sich jetzt echt das ganze Jahr Zeit gelassen halt, der ist wirklich von Jahresanfang bis Jahresende gefallen nachdem er vorher eigentlich das ganze Jahr gestiegen ist und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ähnlich wie bei dem hier, wie in der Bewegungsphase, wenn er mir langsamer fällt, als er steigt, dann habe ich die Trenddynamik auf der Oberseite und deswegen würde ich für 2,22 Euro als Dollar auf der Longseite attraktiv sehen, weil er mir zu langsam runtergekommen ist und würde hier jetzt erwarten, dass wir hier erstmal wieder zurück an einen kleinen Durchschnitt ran machen, ein bisschen uns stabilisieren und wieder was in die Richtung probieren. 1,22 noch mal sehen und momentan hier ein kleines wie Dreieck, riecht so ein bisschen nach dem Dreieck, würde das jetzt hier einfach abgrenzen, mal auch unterseitig würde ich hier sagen, also wenn das dann irgendwann nach oben aufgelöst wird, dann kann das Teil auch locker, da bis 1,30 noch hoch, so ein bisschen einrücken hier, aber eben auch, sollte es sich unten lang handeln, dann kommt hier nochmal so eine kleine Reaktionsmarke und dann muss man auch sagen, sollte das fallen, dann, also unter 1,7 glaube ich, macht der, dann macht er durch die Parität durch. So, also so würde ich mit den Euro-US-Tolle einteilen, das heißt, sehen wir Stärke, sehen wir grüne Kerzen, würde ich durchaus Long-Positionen versuchen aufzubauen, bis in den Bereich um 1,22 rein, bricht er dann dort, dort, dort würde ich sie tatsächlich auch einstellen, erstmal, ich würde sie schließen im Bereich um 1,22 und wenn er den Bereich aber wirklich dann nachhaltig auch überwunden bekommt und da schön durchgeht, die dann auch wieder eröffnen und dann noch die nächste Meile versuchen bis 1,30 durchzuhandeln, sollte er weiter, sollte er sich schwach zeigen oder zum Beispiel auch von, das hier ist eher eigentlich eine Shortzone, eine kleine Shortzone hier im Bereich um 1,15,3, sollte von dort zu deutlich nach unten durchballern, dann hält er noch Potenzial auf die Kante hier drauf, das wäre auch nochmal eine Long-Chance dann fürs Jahr gesehen und richtig shorten, eigentlich würde ich ihn erst, wenn er dann hier unten aus dieser, aus dieser Trendbegrenzung unten rausfällt. Ja, so würde ich mit dem Euro als Dollar für 2022 umgehen. Wie gesagt, ich erwarte ein bisschen mehr Volatilität auf den Vorrechtspaaren, insbesondere halt die Euro-Paare, aber ich glaube, das geht auch auf den anderen so. Möchte vielleicht noch anfügen, dass viele immer sagen, Inflation, Inflation, deswegen muss doch der DAX fallen, wenn die Inflation steigt und da möchte ich einfach bloß mal verweisen auf Indizes, wie zum Beispiel auch den türkischen Leitindex, der in einem Land notiert, die eine Inflation von, keine Ahnung, 15, 16, 17, 18 Prozent haben halt, dort steigen die Indizes auch immer. Das sehen wir auch immer oft als Trugschluss, dass viele Leute sagen, wenn die Inflation steigt, dann muss der DAX fallen, das hat jetzt hier jetzt mit Euro, Euro, Dollar und der Analyse nicht zwingend was zu tun, aber passt da ein bisschen auf, dass er nicht irgendwelchem Glauben verfeilt und tradet, sondern dass er wirklich klare Chart-Signale im Chart sucht halt. Das bringt einem nichts, wenn man handelt, was man glaubt und dann passiert halt das Gegenteil und das ist eher das, was die meisten Trader so erleben, die handeln das, was sie denken und dann kommt genau das Gegenteil und fragen sich immer, ist der Markt bescheuert oder was macht der Markt, haben die gesoffen oder keine Ahnung, aber am Ende handelt der Markt seine Signale halt, nicht das, was man denkt und das ist oft das Gegenteil von dem, was man erwartet und deswegen ist es wirklich hilfreich, einfach Chart zu nehmen, manchmal fundamental auszublenden, Kopf auszublenden, einfach zu handeln, was kommt und sich daran zu orientieren. Ja, also das ist ja meine Idee für den Euro-Eis-Dollar. Jetzt kommen wir zu Gold. Gold werden jetzt die ein oder anderen bestimmt auch bei uns aus dem Prämien-Dienst ein bisschen zucken, wenn wir uns das anschauen. Möchte ich auf der Ebene einfach mal auch nackig einen Chart. Wir haben letztes Jahr mit Gold drüber gesprochen. Letztes Jahr war der Stand hier und das Gold für mich unterhalb von 1,8 eher Abwärtsrisiko hätte. Ja, oben noch Platz bis 2,460, wenn dann wirklich Trenddynamik nach oben reinkommt und es ist weder das eine noch das andere gekommen. Wir haben wirklich ein ganzes Jahr zur Seite gearbeitet im Gold, also das ist sehr erstaunlich, aber auch nicht verwunderlich, weil es sind über Corona ist viel Geld reingekommen und das hat super verkauft nach Corona, wo das dann wirklich präsent für alle war. Also im März, da war das, wenn wir ehrlich zueinander sind, im März 2020, als der DAX bei 8.000 war, war Corona für niemanden greifbar, weil wir hatten gehört, dass in China da irgend so ein Virus ist und wir hatten erste Fälle in Italien. Wir hatten, das verwechseln immer ganz viele, wir hatten noch gar keinen Lockdown in Deutschland. Wir hatten noch keinen Lockdown in Europa, wir hatten noch nicht mal in den USA irgendwelche Fallzahlen. Das kam alles erst und währenddessen ist ja der Markt nur gestiegen und Gold eigentlich nur zur Seite gegangen. Also das muss man, das muss man wirklich sagen halt. Das ist am Anfang kurz mitgestiegen, als die Indizes gut hochgegangen sind. Aber wenn ich jetzt mal auf einen Zeitpunkt vor Corona gehe, hat Gold wie viel zugelegt? Also wenn man sagt, hier vor Corona, Zeitraum, es war ja schon im Aktiven auf, es war ja schon im Aufdrehen, es war ja schon Potenzial, hat Gold jetzt 15% gemacht und das ist echt wenig und die meisten sind ja erst später eingestiegen, als in Deutschland die ersten Lockdowns kamen, als das erste Zeug zugerammelt wurde, was ja dann später war, vielleicht im zweiten Lockdown, wo die Leute dann gemerkt haben, okay, das kann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Da haben sich viele mit Gold eingedeckt, Angst gehabt, irgendwelche Währungszusammenbrüche, gerade so diese ganz berühmten Telegram-Gruppen, wo tausende Leute informiert werden, dass doch das Bankensystem jetzt zusammenbricht und die Märkte alle crashen werden und so weiter. Die haben alle Gold gekauft auf dem Niveau und haben in Verkaufen der Hände reingekauft. Das muss man so sagen. Also große Marktteilnehmer haben wir wirklich in die Angst der Privaten eigentlich reinverkauft und das hat noch nicht aufgehört und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich Gold entwickelt. Man kann hier natürlich jetzt ein Trend-Fortsetzungsmuster rauslesen, ein Dreieck, würde bedeuten, wenn sich Gold jetzt wieder auftritt, so wie es das hier unten getan hat und sich hier über eine 1,9, sag mal 1,79 schiebt, dann würde ich denken, geht das hier durchaus weiter Richtung 2,3 Richtung 2,4,60 und sollte das unterhalb unterhalb sich rauslösen, würde ich aber hier tatsächlich einen Rücklaufbereich sehen auf diesen drei Hochs, also dass man sagen könnte, okay, wenn sich aber Gold weiter schwach zeigt, dann eher Short-Kandidat sogar halt. Trotz, und das ist dann auch unabhängig der Nachrichtenlage, denke ich mal. Also das kann durchaus sein, dass dann das alles noch schlimmer wird, aber Gold sich einfach weiter durchspült und von daher auch Gold, ähnlich wie der DAX, jetzt im Moment gar nicht so der Signalgeber, das ist eher ein Seitwärtsmuster, wo man hier einfach jetzt abwarten sollte, wann löst es nach unten auf oder wann löst es nach oben auf, insbesondere für 2,22. Also das soll jetzt hier auch nicht heißen, dass das hier unten zur Seite geht, sondern das ist ein Trigger, auch die anderen Pfeile, die wir so gezeichnet haben, bedeutet einfach, fällt der Markt unter diese Linie, dann geht er bis wahrscheinlich noch hier runter. Und das ein bisschen zum Blick auf Gold. Ich sehe Gold eher tiefer, ja, ich würde mich aber nicht gegenstellen, wenn es über 20 oben raus macht. Also wenn es hier oben raus macht und durchsteigt, über die 2.000 Dollar drüber, ich würde es dann einfach lang mit handeln. Dann scheiß drauf, was man von Gold hält und von den Telegram-Gruppen und so weiter und von der aktuellen wirtschaftlichen Situation, dann hat halt einfach der Chart wieder die Hosen an halt. Und das wäre dann für mich klar lang. Hier drunter klar short. Untergeordnet haben wir hier auch einen schönen kleinen Aufwärtstrend, den kann man vielleicht auch shorten. Jetzt haben wir vorhin auch ein Webinar bei uns besprochen im Premium-Dienst. Also für diejenigen, die bei uns noch im Verteiler drin sind und über das Jahr, über den Tag auch noch detailliertere Informationen bekommen und auch mehr und weiter und auch über Kryptos und Co. und hier und dort und Einzelaktien. Ja, von daher bin ich jetzt hier eigentlich soweit am Ende. Ich hoffe, mir ist es dieses Mal ein bisschen besser gelungen, auch die Art und Weise der Anwendung, der Analyse rüberzubringen, dass es nicht ganz so wie Kaffeesatzleserei rüberkommt, weil das ist ja schon fundiertes, eine fundierte technische Arbeit ist es einfach. Es ist auch eine Arbeit, so muss ich auch als Trader rangehen, auch als Analyst. Es ist halt einfach eine Arbeit, die ich machen muss und die dann eben Gewinn bringt, wenn ich besonders sorgfältig und eben besonders neutral arbeite halt, indem ich mich nicht irgendwie manipulieren oder beeinflussen lasse, sondern das handle, was halt wirklich kommt. Und deswegen sind die Ziele wichtig und das ist auch kein Zufall, dass bestimmte Sachen sich immer wiederholen und Ableitungen treffen, am Ende ist es mir egal, ob der steigt oder fällt. Und das sollte es auch jedem egal sein. Wichtig ist nur, dass man an den bestimmten Stellen einfach ein bisschen schaut. Also wir haben zum Beispiel hier unten haben wir im Premium-Dienst damals ETFs gekauft. Wir haben hier angefangen, ETFs zu kaufen, in Tiefs um die, ich glaube, 9100 rum haben wir angefangen. Haben die erste Charge schon rausgehauen, haben die zweite noch drin. Das ist die Zielzone für unseren zweiten ETF-Teilverkauf, die rote da oben halt. Und das sind einfach Sachen, die muss ich beachten, die sollte ich mitnehmen, dann fällt es einem grundsätzlich einfach ein bisschen leichter. Ergänzen könnt ihr zu eurer Analyse natürlich alles Mögliche. Ihr könnt euch auch andere Ansätze angucken, Elliott-Value-Theorie, keine Ahnung, Fundamentaldaten und so weiter. Ich finde es für einen Index immer relativ schwierig, fundamental mit rein zu betrachten. Aber es gibt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele, die das immer wieder kritisieren bei uns. Mir ist es wichtig darzustellen, es hat für uns absolut keinen Einfluss und darf es auch nicht haben. Ich muss meine Linien so ziehen, wie ich sie aus dem Chart sehe, ganz egal, was ich denke und ganz egal, was ich fundamental von Deutschland und von der Wirtschaft halte. Ja, und auch wenn ich persönlich den Eindruck habe, Corona macht ja alles kaputt, muss ich Long handeln, wenn der Markt oben rausgeht. Das nützt ja nichts. Und ich muss auch meine Long-Position noch halten, solange wir nicht unten rausbrechen, ja, und noch keine Zielbereiche erreicht haben. Das ist halt wichtig, das ist technische Analyse. Ja, und das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten, wer uns gar nicht kennt und das vielleicht zuerst gesehen hat, ihr könnt auch gerne bei uns mal mit dem Chat mit rumgucken. Wir tauschen uns oder unsere Community, meine Community, tauscht sich Tag über dann auf unserer Seite auch immer aus. Wir haben dann eigenen Chat, money-monkeys.com. Wichtig ist halt, das ist halt eine Community, da muss man ein bisschen immer mit bedenken. Das sind jetzt keine Börsenexperten, die da alle schreiben, das sind alles keine professionellen Händler, die jeden Tag Milliarden bewegen, sondern einfach Privatleute, wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr das Video seht, die versuchen aus dem Markt ein bisschen was rauszuholen. Das muss man sich immer mal ein bisschen vor Augen halten. Es sind am Ende auch nur andere Private, die hier ein bisschen rumstochern. Da kann man versuchen, gemeinsam Potenziale zu heben, aber man sollte sehr vorsichtig sein, jetzt da jemandem anderen direkt zu folgen und Trades zu kopieren, die dann da reinschreiben. Das ist eher nicht ganz so empfehlenswert. Ansonsten denke ich, wird es ein spannendes Jahr. Also ich kann mir vorstellen, dass es anders wird wie 2021. 2021 fand ich war ziemlich, ich fand es scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet, ich fand es scheiße. Also auch unserer Elisa zum Beispiel, wir haben ja im Präbendienst, geben auch immer Trades mit. Da haben wir zwei verschiedene Trade-Ansätze, einfach für den Fall der Fälle, der eine kriegt mal irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, um das mit dem anderen auch ausgleichen zu können, damit es nicht zu einseitig ist. Wir haben zwei Ansätze, die wir erfahren. Der eine Ansatz, das ist ziemlich gut gelaufen. Der andere Ansatz, das ist eigentlich richtig schlecht auch gelaufen, weil es halt wirklich ein Trend-Ansatz ist halt. Und so richtig Trends, haben wir das seit April nicht mehr gehabt halt. Und da haben wir die Trade-Frequenz dann von dem Trend-Ansatz schon immer weiter runtergenommen. Aber die Signale, die gekommen sind, die haben da auch nicht gut gegriffen. Ich meine, die hat trotzdem ein Trade unter Allzeit hochgeschlossen. Also bin durchaus zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber diese Trend-TAs heißt die bei uns, Trend-Ansätze, die sind halt wirklich, die sind halt wirklich nicht gut gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass da jetzt hier auch wieder ein bisschen ein bisschen Movement reinkommt und der DAX sich eben auch löst. Und bin mal gespannt. Also bin wirklich gespannt. Ich bin komplett offen für beide Seiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre war ich das nicht so ganz. Da war ich immer sehr, 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 sehr vorgenommen. Also da dachte ich, da hatte ich schon wirklich ganz konkrete Überzeugung, dass die eine Variante doch deutlich wahrscheinlich ist als die andere. Dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann nur warten. Ich kann nur beide Trigger mir angucken. Geht da oben raus, geht da oben raus, geht da unten raus, geht da unten raus und dann füge ich mich einfach und handel damit. Hol mir dort dann das Geld. Und das ist manchmal aber sogar ganz gut halt. Wenn man so unvoreingenommen wie möglich an den Markt dran geht, dann ist man immer offener, wenn es dann doch anders kommt, als man es erwartet hat. Okay. Ja, dann sehen wir den einen oder anderen sicher bei uns auf der Seite money-monkeys.com und die anderen, die ja bloß YouTube gucken, sehen wir dann nachher gleich nochmal. Da kommt dann die Montagsanalyse für den Montag und hoffe, ein bisschen was für euch mit bei, ein paar Zonen, die ihr euch mit notieren könnt, ein paar Sachen, die euch helfen, vielleicht auch ein paar Erklärungen nochmal, die das eine oder andere lösen und wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2022 und holen wir uns unsere Punkte hier raus halt. Machen wir einen Fertig-Syntax. Also, ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns. Tschüss.